Herzlich Willkommen zu Marvel's Avengers Und weiter geht's Achso Wir halten nicht mehr lange durch Gepriesen sei wach Flussstamm bleibt standhaft Der war schneller weg wie alles andere Ab hier wird jetzt nach Kommentiert weil ich habe Nicht aus Versehen auf stumm geschaltet Ähm Wir waren dann Weiter im Tunnel und dann haben wir Die Maschine gesehen von Klaue Die das ganze Vipranium Nochmal korrumpiert Ähm Und unsere Aufgabe War halt dementsprechend das Zu zerstören Und der Play war mega gut von mir Den habe ich mega gefeiert Äh schade dass die Auto weg ist Äh ja habe ich da Voll aufs Maul bekommen Wie man sehen kann Ja und jetzt ist er down Und als Dennis Kein Teammate kam Kate war direkt vor mir Und kam nicht Und Iron Man stand direkt neben mir Und kam auch nicht Also musste das ganze von vorne gemacht werden Weil ich dann Ja genau Oben gab es dann auch wieder Probleme Weil ich da heftig in der Unterzahl war Aber Das ging auch tatsächlich gut Da auch schon ein bisschen ausweichen Ähm Und dann kam es Marvel Und hat sehr viel runter geworfen Und dann kam ich mit dem Speer Und so konnte ich dann Das Teil ähm Zerschören ohne große Schwierigkeiten Ne Wie man jetzt sehen kann Und jetzt Folgt einer Wähnere Katrin Tschüss und haut da rein Ich zerlege ihn an Ort und Stelle Wenn ich das mitkriege Schreite ich vielleicht nicht ein Dies ist eine Botschaft für die Prinzessin So wie es aussieht Ist doch nicht jeder Wakandana ein Krieger Oh Ich möchte eine Einladung aussprechen Prinzessin Kommen sie zu mir alleine Sonst sterben ihre Leute Verstanden Wenn Wenn Sie mich warten lassen Dann schalte ich sie aus Einen Nach Dem Anderen Dann Bis bald Kann ich ihn mir jetzt vorknöpfen Diese Symbole hinter ihm Das ist der Azuri Tempel oder Ja Ja Aber du gehst da nicht hin Du willst dich machtlos einer Falle dieses wahnsinnigen ausliefern? Das sind meine Labortechniker Savavari hat mir alles gegeben was ich über den Tempel wissen muss Mein Team kennt Vibranium besser als jeder sonst Wenn ich mich einer Falle ausliefere dann nur meiner eigenen Überlass das mir Bruder Setze deinen Plan um Ernst Wir haben für sowas keine Zeit Nimm einen Jet und los Ich werde ihr folgen Unauffällig Sie ist meine Schwester Und das sind meine Leute Wenn irgendetwas passiert muss ich einfach da sein und aufräumen Und das ist eine gute Sache Und das ist meine Leute